Hallo Leute, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir gehen hier zum Tuskoblettspiel. Das erste, gegen Saarbrücken. Wir bauen Kaffee. Gestern war Reinen in Flammen. Wir haben ziemlich lang gemacht. Ich habe auf jeden Fall bis halb fünf noch ein kleines Video geschnibbelt. Und heute Morgen um 8 Uhr war Bullshit kaufen. Ich fand jede Stunde keinen Schlaf. Aber ich muss sagen, Reinen in Flammen war geil. Wenn er so viel Spaß hier hat, muss ich echt sagen. Ich hab nur so. Das war echt heftig. Ich bin ja am moderieren. Man kann einfach mal in Ruhe sein. Arbeit tun. Auf jeden Fall haben wir schönes Wetter. Und wir freuen uns aufs Spiel. So Leute, wir sind endlich wieder zurück. Verändert hat sich hier nicht viel, oder? Nee, aber ich muss euch jetzt mal kurz zur Geschichte erzählen, was passiert ist. Und wir waren ja den Schieden durchgekommen. Und fragt mal, wie viele Minuten das jetzt für uns gekostet hat. 15 bis 20 Minuten. 18 Minuten. Das heißt, 18 Minuten weniger Ringe. Das heißt, für euch weniger Filmmaterial. Hören schon einer aus, ja. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Wir sind zum nächsten Mal 직접 im Zeitgänkuyou Gästchen. Wenn die lauter werden, werden wir lauter. Ein Duell der Fans hier live. Wer ist lauter? Ja, das ist ein Duell der Fans hier. – Sie wollen mit kritisierten Aufnahme, um die Möchse zu befreien. – Auf geht's! – Das ist jetzt so, ich bin so ein Tor, ich will von den Schiedsführern. – Komm, komm! – Oh Mann! – Komm, komm! – Du musst jetzt auch nicht probieren! – Ja! – Das war toll! – Das war auch nicht der Fall! – Das war auch nicht der Fall! – Arr, Mann! – Jetzt. –良 ist der Fall! So knapp. Ich will den Echtgast gerne mal sehen. Kamerateisch liegt da oben. Jetzt! Ja. Ich sehe ihn. Oh! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So Leute, ich spiele es aus, wenn ihr was geiles entdeckt. Ich bin gerade am Studieren, wie das überhaupt gehen würde. Weißt du, wie das geht? Wir merken an unsere Kamera, bei denen ein paar Knöpfe. Hier ist das, Ton, Bild. Da oben guckt ihr ein Fotos oder was? Ja, hier. Mal dir vorstellen. Sind wir hier live? Boah, ist das Ding, Alter. Boah. Boah, ist das dick, ey. Sind wir live? Guck mal, da hat ein Stativ. So Leute, das Spiel ist aus. Ich habe hier aber noch was zu zeigen. Ich habe hier einen Kalender noch zu kriegen, da habe ich es seit Ewigkeiten abgeholt. Das habe ich wiedergekriegt. Mit allen Unterschriften. Geil, oder? Von 2016. Ich glaube, der andere, der ich damals nicht abgeholt hat, der ist von 2015 oder was gewesen. Aber der ist ja auch geil, ey. Zeig nochmal. Biet. Alle Unterschriften drauf, ey. 2016. Geil. Kennen Sie alle. Sehr geil, ey. Sehr geil. Ich bin froh, dass ich den nicht gericht habe, ey. Dankeschön, Olaf, ey. Vielen Dank. Schöne Bilder. Gute Fotografen, alles immer gemacht. Ganz von uns. Ja, aber weiß ich nicht. Irgendwann warte ich mal ein Bild von mir drin. Ich weiß auch nicht, welches. War das nicht das Wintermotiv? Ich weiß nicht. Hier. Der Kalender habe ich ja noch nicht mal selber, wo mein Bild drin ist. So, was machen wir dann auch heute? Heimfahren, ne? Ja. Friede, Fallspiel ist aus. Verloren. Schade. War nicht unser Tag. Gestern war rein in Flammen, da hatten wir einen schönen Tag, ja. Aber heute, das war irgendwie nicht unser Tag. Das Lustige war auf jeden Fall, fünf Minuten vor dem Tor bin ich auch zu Marcel gegangen. So, ich habe irgendwie komische Fühlen, dass ich habe das nicht spürt. Und dann auf einmal, Tor. Zwei Minuten vorher sah ich noch mal Andreas. Und dann kommt das. Klatsch, Ding war drin. Und schon konnte mir eigentlich schon fast nach Hause gehen. Ja. Weiter verloren, kann man nichts machen. Einfach weitermachen, dann geht das schon. Ja. Ja. Egal. Wetter ist schön. Der Heiligras ist schön. Wir müssen aber in Tustdorf nicht kriegen jetzt noch. Wir müssen arbeiten. Ja, die anderen, die warten auf uns. Wollen mit uns anscheinend noch was trinken oder was. Level zwei, Dinge Appelschale, die Pumpte. Ja, dann machen wir uns. Tustdorf, noch einer dringend gehen. Macht gut, Leute. Zeig euch jetzt nochmal die Kamera, weil ich habe da eben schon gesehen. Wir finden die so geil. Piers, seht ihr ihr hier im Hintergrund. Tschüss. Schweze. Ja, man träumt davon. Ja. Ich sehe mal. Genau. In zehn Jahren. Ich meine, jetzt sei gefragt, die Reihenflammen waren die Kameras. Die kosten 50, 60, 1000 Euro. Jetzt mache ich noch einen coolen Film daraus. Oder Videohergebracht. Wir müssen in Tustdorf gehen, die Leute warten. So, macht gut, Leute. Mein Kalender nicht vergessen. Mikrofon, Sorg am Start hier alles. Ganze Thumbnail machen. Neue Kamera. Tschüss, Kamera. Macht gut. Hallo. Wir grünen da die Nuch davon. Wir grünen da die Nuch davon. So, macht gut. Tschüss. Jetzt bin ich noch mal die nächste Woche. Dreht noch auf den Kabel. Da, Kabel. Tschüss. Tschüss, Leute. Macht gut. Alles klar. Tschüss, das ist mein Motto. Bis zum nächsten Mal. Das ist dein Motto. Tschüss. Macht gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.